Jens, komm mal. Was denn? Komm mal. Letzte Woche waren doch die Herren von Pearl da. Ja. Die zwei. Ja. Hast du dich mit denen gut verstanden oder? Ja schon. Ja. Da kam nämlich ein Paket für dich. Für mich? Ja. Haha. Das ist ja nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, was die uns damit sagen wollen. Aber ich mach es nicht auf. Moment, du bist der Chef. War aber an dich. Ich fahre mal Pearl. Ja, und? Ich mach dir das auf. Guck mal, was da drauf steht. Ja, eben. Drum. Ja, hier. Du warst mit denen ja abends unterwegs. Du, Chef. Ich weiß nicht, was ihr da gemacht habt. Ja, dann hat er aber auch dabei. Also, okay. Machen wir es dann auch. Wenn, dann wird gehangen, mit gefangen. Oh, scheiße. Die Schweine. Entschuldigung, sagt man ja das. Und dann noch so eingepackt, dass du es nicht aufkriegst. Das ist vielleicht der Postfutter, wir müssen es an uns. Ja. Hast du die anderen Bescheid gesagt? Die haben schon die Maske rausgeholt. Boah. Mach du weiter. Gift. Wir sind zwei. Weißt du, was das heißt? Geschenkle. Danke. Danke.